Gestern brachte das Interview von der Sonntagszeitung mit der Gesundheitsdirektorin vom Kanton Zürich, Nathalie Rickli, die Gemüter zum Kochen. Diese stellte die unverblümte Aussage in den Raum, man müsse vielleicht eine Grundsatzdiskussion über eine Abschaffung des 1994 vom Stimmvolk eingeführten Krankenkassenobligatoriums führen. Der Einstieg in die Debatte um die steigenden Krankenkassenprämien ist somit eröffnet. Und nicht umsonst wird dieses Jahr bereits früh das Thema aufgegriffen. Die Bürger in der Schweiz sollen wohl auf einen besonders starken Anstieg der Prämien vorbereitet werden. Viele Experten erwarten eine Erhöhung, welche die durchschnittlichen 6,6 Prozent bei weitem übersteigen werde. Während es die linken Parteien als einen Angriff auf die Solidarität sehen und starke Kritik an Frau Rickli richten, erachten es viele Bürgerliche als einen wichtigen Anstoß zur Diskussion. Schaut man hinter die Fassade der politischen Bühnenshow, welche wohl stark durch die Wahlen im Herbst motiviert ist, tauchen einige Fragen auf. Bereits im September 2022 veröffentlichte das BAG eine Medienmitteilung mit dem Titel «Krankenversicherung – starker Kostenanstieg für zu höheren Prämien im Jahr 2023», in welchem die folgenden Kostentreiber beschrieben wurden. Die Krankenkassenprämien widerspiegeln die Gesundheitskosten. Nach vier Jahren, in denen die Krankenkassenprämien relativ stabil geblieben sind, ist der für 2023 angekündigte Anstieg beträchtlich. Zurückzuführen ist er hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie, die das Gesundheitssystem stark beansprucht hat. Die Pandemie verursachte sowohl direkte Kosten, z.B. für die Behandlung von hospitalisierten Patientinnen und Patienten, sowie die Impfungen als auch indirekte Kosten, wie etwa durch verschobene medizinische Eingriffe – Nachholeffekt, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 stark zugenommen haben. Die Gesundheitskosten stiegen zudem im ersten Halbjahr 2022 weiter an. Dabei wurde suggeriert, dass die Pandemie zur Hauptverantwortung herangezogen werden muss. Dies war dann auch der Grund für die sehr schlecht einschätzbare zukünftige Entwicklung der Kosten und den damit verbundenen Finanzloch. Es wird verschleiert, dass in vielerlei Hinsicht die umstrittenen Maßnahmen selbst und nicht die Pandemie die Kostentreiber waren. So waren und sind die verschobenen Untersuchungen und die Nachholeffekte, getrieben durch Behandlungsverbote, ein grosser Kostenpunkt. Insbesondere dort, wo eine frühzeitige Behandlung zu nachhaltigeren und billigeren Lösungen hätte führen können. Rikli sieht so dann den Hauptkostentreiber gar beim Pflegepersonal und dem Patienten selbst und lässt die überteuerten Arzneimittel und dem panischen Test und Impfern gepflegt weg. Dazu passt auch folgende Ansicht des BAG aus der Tagesschau vom 25.05.2023. Deshalb ist es leider nicht ausgeschlossen, dass wir im Herbst mit einer überdurchschnittlichen Prämienerhöhung rechnen müssen. In den letzten Jahren kannten die Kosten nur eine Richtung, nach oben. Vorläufiger Höhepunkt ist das letzte Quartal mit knapp 4.400 Franken Kosten pro Person. Folgende Bereiche haben die höchsten Kostenanstiege im Vorjahresvergleich. Die Spitäler im ambulanten Bereich, die Pflegeheime, die Spitex und die Apotheken. Interessant, die Gesundheitskosten könnten laut BAG um rund einen Fünftel gesenkt werden, ohne Qualitätsverluste. Das können beispielsweise Röntgenaufnahmen sein, die doppelt gemacht werden, Medikamente, die nicht gebraucht werden und weggeworfen werden, oder Analysen, die gemacht werden, die dann gar nicht von der Ärztin gebraucht werden. Das BAG fordert daher alle Leistungserbringer auf, unnötige Behandlungen zu vermeiden. Zudem lenkt die Diskussion um eine Abschaffung oder grosse Revision des Krankenkassenobligatoriums von der weiteren Vorantreibung des EPD, also des elektronischen Patientendossiers ab, welches in vollem Gange ist. Es würde nicht erstaunen, wenn das EPD in naher Zukunft als mögliche Kosteneinsparung bei den Leistungen der Grundversicherung angeführt würde. Dazu würde auch die Überlegung der SP passen, nach welchen eine staatliche Einheitskasse geprüft werden soll. Wer kreativ weiterdenkt, könnte auch das universelle Grundeinkommen mit demselben Ansatz bedienen. Die Zukunft wird also nicht nur steigende Gesundheitskosten, sondern auch Anreize für die verstärkte Bindung an den Staat bereithalten. Wir bleiben dran.